Und ihr Lieben und Schöner, selbst startet es zu einem neuen Video. Mal wieder mit dem einzigartigen Guten... Bernd Zehner, schönen guten Tag. Darf ich mich selber vorstellen? Ja, mal auf Wiese. Wenn du in Frankfurt bist, dann muss ich dabei sein. Das habe ich mir auch gedacht. Ich bin sowieso hier. Ohne dich wäre das nur ein halbes Video. Okay, das höre ich gerne. Ja, Bernd, du zeigst mir heute Schipotteln hier, ne? Ja, ja, ja. Ich war schon mal hier vor kurzem, aber ich habe nur gesagt, dass es auf jeden Fall mal ein Besuch wird. Es ist ja bei mir so, ich versuche immer unvoreingenommen in die Videos zu gehen und ich habe mir noch nichts von dem Laden anguckt. Und Schipotteln, ich habe mir nicht mal durchgelesen, eigentlich habe ich nur gehört, dass es eine richtig große Nummer. Kannst du da was zu sagen zu der Aussage erst von mir? So wie ich das mitbekommen habe, gibt es zwei Läden in Deutschland und beide sind in Frankfurt. Und ich glaube, dass das eine, also sowas kann ich dir sagen, das ist eine Fastfoodkette, die hier noch underrated ist. Die ist in den USA richtig groß, ne? Massig, also richtig geil. Die machen Burritos, die machen Tacos. Das ist so ein Tex-Mex-Ding, es ist keine authentische mexikanische Küche, aber wer dieses Tex-Mex-Ding fühlt, der ist hier richtig aufgehoben. Okay, also ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen direkt rein. Ich gebe meine Meinung ab und dann gucken wir, ob sich das gelohnt hat. Ja, wollen wir mal guerillamäßig. Ich bin heute komplett Katastrophe durch den Kopf, Leute. Mein Gehirn spielt Pingpong. Wenn ich noch ein bisschen verplanter bin als sonst, dann, ja, wundert euch nicht. Bernd ist schuld, da hat mir gerade Angst gemacht, dass ich insolvent gehe. So schlimm war es nicht, so schlimm war es nicht. Wir passen aufeinander auf. Wir passen aufeinander auf. Nee, Bernd hat mir geholfen, aber es ist manchmal schmerzlos. Wir haben mit dem Plaza-Management gesprochen und wollten hier dann nochmal ein bisschen euer leckeres Essen mitnehmen. Was brät ihr gerade auf dem Grill, was liegt da? Chicken. Chicken? Das ist das geile Chicken, ja? Oh, das ist das geile Chicken. Das Ding ist, du suchst hier quasi oben aus Burrito, Bowl, Salat oder Taco. Und dann hast du hier quasi die Möglichkeit aus den zwischen und für dich vorbereiteten Toppings hier auszuwählen. Was ich immer sehr, sehr geil finde oder was mich direkt imponiert, die Dinger sind nicht voll bis oben hin. Wir haben jetzt Mittagszeit, die machen jetzt auf, ne? Also da wird gleich hier was los sein auch. Und die machen das oft, die machen es immer frisch. Hier dürfen keine Fehler passieren. Nein, Mann. Also nicht wie bei Burger King auf einmal ratten die hier durch die Knochen. Das wird es hier nicht geben, sag ich dir ehrlich. Guck dir das mal an, Alter. Das ist einfach so der Gesamteindruck. Geil, okay. Okay, also ich habe verstanden. Wir nehmen eins davon. Schritt zwei ist deine Wahl. Richtig. Also ich würde dir ein Burrito empfehlen. Ja. So mein Ding. Und wir nehmen auch ein paar Tacos dazu. Auf jeden Fall. Da haben wir jeder ein Burrito und ein paar Tacos zum Probieren. So, und jeder macht sich seinen Burritos mit dem drin, was er gerne hätte. Steak machen sie auch. Gut, ich werde mich jetzt einmal ganz kurz selber nochmal die Schritte reinziehen. Und dann überlegen wir, wie wir Runde einfahren werden. Weil bis ich da durchgeblickt habe, ihr wisst, hier oben dreht sich das manchmal nicht so schnell. Die leiten einen durch den Weg für Leute wie mich. Absolut, absolut. So geistig behindert. So weit würde ich nicht gehen, aber vielleicht, ich würde sagen, kognitiv eingeschränkt. Kognitiv eingeschränkt. Er hat mich bei Lebenshilfe vor und abgeholt. Sagen wir mal so. Ich nehme jetzt hier erstmal Burrito und dann führst du mich hier durch die Wege durch, was ich hier nehmen soll, ne? Okay, perfekt. Und dann nehmen wir Salat. Ich will dich nicht beeinflussen, aber diesmal würde ich drauf verzichten. Ja, wir nehmen das ohne Salat. Aber wenn du ihn fühlst, mach. Wir nehmen das ohne Salat. Achso, achso, ja egal, nimm mir mit. Ne, mach, den nimm mir mit, ist auch gut. Nein, nein, ist gut, ist gut. Ist gut. Hier hast du auch einen geilen Blick durch die Küche. Da kannst du dann mal gucken. Also hier wird da wirklich mit viel Personal vorbereitet. Das finde ich schon außergewöhnlich. Das ist gut aus. Overstuffed im ersten Augenblick. So, und hier hast du noch so ein bisschen Tabasco und so ein Zeug, was du brauchst, ne? Okay, das brauchen wir nicht, oder? Ja, ich mach's nicht drauf. Wir haben ja die scharfe Salsa jetzt, ne? Viel Spaß bei Runde 1 bei Chipotle. Scheiße. Was soll ich mir da drauf gehen? Ja, ja, klar. Ja, weil ich kann... Boah, der rammt sich bei dir rein sonst, ne? Ja, der ist einfach immer im Hintergrund. Ja, ja, ja. Das wollen wir nicht. Und zur scharfen Soße auch nochmal. Bernd hat auch eine scharfe Soße selber entworfen. Ja, ja, der hat auch eine scharfe Soße. Können wir gerne einblenden und in die Videobeschreibung hauen. Vielen Dank, lieber Olle. Das ist ja immer wie ein Kind neben dir aus. Ja, stimmt. Rauchen wir nur, ne? Rauchen wir nur. Das ist die Kruste, die Marinade vom Hähnchen, die wir da drauf haben. Ich hab nur den Reis probiert, hab das direkt geschmeckt. Hähnchenkarren, nur vom Reis, der fährt aufs Schädelchen ab. Guck mal, weißt du, was ich jetzt mir, neuerdings, was ich wirklich sehr, sehr feiere? Der Scharo, ne? Biss mir da und rein damit. Das sagt er immer, ja. Ja, das gefällt mir. Das sagst du jetzt auch, ja? Ja, jetzt schon. Grüße gehen raus an Scharo übrigens. Grüße gehen raus. Schöne Schärfe, du hast direkt dieses Bohnenfeeling. Wie gesagt, du den Reis in den Mund genommen hast. Selbst beim Reis, die Marinade vom Hähnchen und das Fähnchen, vom Feeling auf den Reisübergang. Man muss auch dazu sagen, die Dinger sind nicht dafür gemacht, die durchzuschneiden. Die lassen sich normalerweise richtig schön von oben nach unten durchessen. Nicht, dass nachher einer unten reinschreibt, jo, das Ding fällt auseinander und so. Ne, das ist schon sehr gut gerollt, wenn du es einfach runter isst wie ein Dürim, ne? Da ist Koriander aber diesmal drin. In der Guacamole auf jeden Fall. Schöne Frische. Die scharfe Soße, nicht so brutal, wie ich erst gedacht habe, aber präsent. Aufs Ganze abgewälzt, dämpft das auch noch ein bisschen ab. Der Reis nimmt natürlich ein bisschen was davon, ne? Aber auch der ist saftig, gut gewürzt. Geile Marinade vom Hähnchen, also wirklich richtig rauchig, geil. Die Bohne, Avocado, das bringt so eine gewisse Cremigkeit in das ganze Ding. Ich muss sagen, ich habe oft Brüte schon gegessen, da habe ich mich immer enttäuscht. Immer, 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 immer. Die soll ich nicht. Die soll ich nicht. Weil die sind immer so bälzig, schmeckt wie ein Chili con carne, eingewickelt in... Und hier hast du aber gesehen, das ist strukturiert aufgebaut und auch beim Schnitt ein wunderschönes Schnittbild, ne? Eben noch die Frische von der Soul Cream gehabt, also das ist wirklich eine geile Kombi. Also das scharfe Soße, ojojojo, jetzt hat sie mich erwischt. Die knallt schon rein, ne? Aber guck mal hier, also das ist wirklich schön, krustig, das ist sehr geil. Ich wollte sagen, das Ding ist haftig. Wollen wir Runde zwei starten? Mhm. Geil, machen wir erst. Runde zwei, viel Spaß. Wir holen Tacos. Wir holen Tacos. Wie ist es bis hierhin? Ist es gut? Ja? Sehr schön. Ja. Mit Tabasco, die teilen sich das richtig, die Jungs. Ja, ja, die geben sich nochmal. Gleich geht es auf Toilette. Entweder mit Steak oder Babacor. Babacor, wenn wir das in den Geschmack. Geschmortes und ab. Ja, das ist halt Pulled Beef. Dann nehmen wir zwei, den nehmen wir beides. Dann nehmen wir Steak und Babacor. Also Leute, wir haben schon, guck, mehrere Stunden lang geschmortes und anschließend gezupptes und fleisch. Das sind drei Stück halt immer pro Portion. Dann sollen die uns drei verschiedene machen. Ja, wir nehmen zweimal die Tacos, könnten wir jeweils drei verschiedene haben fürs Video. Dann Babacor, Steak und Canitas. Wir nehmen wieder die Schafe. Yeah. Ja, Mann, wir sind Männer. Ja. Guck mal, wie sie das da drauf packt. Das macht sie nicht zum ersten Mal. Nee, nee, die ist profisch. Die weiß, was sie mit dir in Händen macht. Die weiß, wie es läuft. Ja. Dann nehmen wir die auch noch mit. Dankeschön. So, Bernd, du kriegst hier mal den hier. Ey, yo Baby, du hast das ja schon abgefilmt gerade. Beim letzten Mal habe ich mir noch Salat drauf machen lassen, weil dieser knackige Romana-Salat, ich dachte, das gibt einen schönen Crunch und so. Das hat mir aber hier zu viel vom Fleischaroma weggenommen. Weißt du, da war so ein Berg Salat oben drauf. Jetzt will ich das so ursprünglich. Also muss man ja so sehen. Jedes Zutat, die extra drauf ist, klaut dem Fleisch so ein bisschen an Power. Ja, ja. Mit was fangen wir an? Babacor oder Steak? Dann nehmen wir Babacor zuerst. Okay, geil. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Du setzt es an. Du hast erstmal den typischen, geil geschmorten Rinderkarten. So wie man es kennt, also um euch das zu erklären, das ist jetzt nicht speziell irgendwie Mexischen angehauen. So als halt Babacor zu Hause. Barbecue gemacht, ne? Ja. Wieder die Schärfe, die große Stücke. Ich finde, beim Pulled Beef ist es oft so, dass es sehr schnell zu breiig ist. Weil trotzdem noch Biss, ne? Wenn so ein Pulled Pork, Pulled Beef, das ist ganz schnell mal übergarten. Ja, weil ich sage, ein Pulled Pork und Pulled Beef hat nichts mit verkochtem Fleisch zu tun, sondern es ist bis an den Punkt geschmort, wo es auseinanderfallen kann, wenn du es in Puls setzt. Weißt du, wenn du es zupst. Bis dann soll es geschmort werden. Ich finde, das haben sie hier sehr gut umgesetzt. Ja, gut gemacht. Gehen wir auf Steak oder Schwein jetzt? Lass uns noch mal Schwein hier. Finger looking good, Sauerei. Weißt du so? Naja, da ist schon ein bisschen Sauerei, aber bockende Sauerei. Ich bin ja nicht mehr der größte Pulled Pork Fan. Ich glaube, ich habe einfach zu viel davon gefressen. Aber so in der Form mit den Gewürzen macht es mir Spaß. Muss mal ehrlich sein. Aber ich finde, es ist ein bisschen defensiver als es ist. Ja, ja. Ich feiere die Guacamole. Kann man nicht anders sagen. In dem hier wiederum eine geile Pfeffernote noch drin. Ja, das ist die Art der Pfeffrigkeit. Da gebe ich dir absolut recht. Und hier ist, glaube ich, gefühlt auch bei mir mal ein bisschen weniger Salsa drauf. Der ganze Sache gut getan. Und auch hier wieder große Stückchen Schwein drin. Also, es gibt was fürs Geld. Ja, Steakstücke. Steakstücke. Da bin ich auch sehr gespannt. Sind die zart? Sind die nicht zart? Da sind die Steakstückchen noch. Keinen dicken Knorpel, ja? Knorpel? Mhm. Oh, das ist Unglück. Oder eine Sehne. Eine Sehne, eigentlich. Ja, das ist Unglück natürlich, ne? Aber sehr spezielles Rind. Ich fühle mich am Anfang so ein bisschen fruchtig. Dann geht es ins Rauchige über. Nochmal wirklich anders als auch die Marinaden vom Hähnchen und auch eben das Gezuckte. Individueller, ja? Ganz anders. Ich gehe ja ein bisschen anders, Warno, wie du. Für mich ist ja so die Gesamtkomposition wichtig, ja? Klar, die einzelnen Komponenten rauszuschmecken, um sich nachher entscheiden zu können, will ich lieber Hähnchen, bin ich Schwein, will ich Rind? Das hat schon, jeder hat was Einzelnes für sich. Aber ich finde so dieses Gesamtding, ja? Das muss aber auch passen. Ganz wichtig. Wie beim Burger, nur weil der Kiesel schmeckt oder das Fleisch schmeckt, heißt nicht, dass der ganze Burger geil ist. Also der hat für mich leider geilen Charakter, aber zweites Mal eine dicke Sehne gehabt. Hätte ich jetzt, weiß ich, seit ich es hier hingegangen, hätte nur den gegessen. Hätte ich mich aufregt. Boah, krass. Weil ich sehe gerade auch in dem Stück, was du angewiesen hast, ist so schön rosa noch. Schau mal da hin, ey. Heftig, ja. Guck mal, das ist gut gemacht, Leute. Und ich weiß, das wird nur ein Ausrutscher hier sein. Man muss auch den Hahn beim Namen nennen, ne? Das ist so. Meiner war tadellos. Schön, dass dir das passiert ist. Ja, ja. Nichtsdestotrotz super. Du hast uns direkt in die dritte Runde gehen, Bernd. Jetzt bin ich gespannt. Nur drei, jetzt gibt es eine Bowl. Bernd macht uns eine Zeit. Was auch, dass keiner in der Tasche abhaut hier, ne? Ja, ja, ja. Bernd macht uns eben wohl. Ja, ja. So, brauner Reis, bitte. Dann nehmen wir die weißen Bohnen. Allein schon, das ist schon ein Gericht. Das ist schon ein Gericht. Bohnen und Reis, das ist schon ein Gericht eigentlich. Das könnte man so snacken, ne, Bernd? Ja, ja, klar. So wird es gegessen, ne? Oh, lecker, lecker. Dann nehmen wir nochmal Chicken, bitte. Und oben drauf ein bisschen Paprika und Zwiebel. Sourcream ist Pflicht. Muss, ja, die ist heftig. Käse ist Pflicht. Ein bisschen Guacamole. Guck mal, das ist die Bernd-Zehner-Gipotel-Bowl jetzt. Ja, ja. Ich habe ja eben nochmal die scharfe Soße quasi so gesnackt. Die ist auch so fruchtig geil. Die ist schon geil. Aber jetzt haben wir frische Tomate mit oben drauf und so weiter. Das ist ja auch eine Salsa letztendlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich dazu sage, mein Freund. Guck mir mal. Wenn wir hier mal reinsnacken direkt, ne? Guck mal, ich habe das Chicken wieder genommen, weil ich weiß, dass dir das gut geschmeckt hat eben, ne? Und das sah auch gut aus, weil ich habe gesehen, das, was eben auf dem Grill lag, haben die eben geschnitten und vorne rein. Nein, das heißt, wir haben ganz frisch. Wir haben ganz frisch jetzt, ne? Das wollte ich haben. Und ich habe diesmal drauf verzichtet, es sonderlich scharf zu machen mit der scharfen Salsa, weil wir die jetzt schon zweimal hatten. Nein, wir haben die normale Salsa genommen. Einfach nur Tomate, ein bisschen Zwiebel, dies und das. Aber dafür habe ich uns hier drüben, Tabasco steht bereit. Und das ist das Cheaphotel, also aus geräucherten Chilis. Und davon mache ich uns jetzt ein paar Tropfen oben drauf. Das ist gut, ja. Darüber holen wir uns die Schärfe und haben diesen geilen, rauchigen Geschmack von den Cheaphotel-Chilis. Also geräucherte Chilis und dann daraus Tabasco gemacht. Das ist eine gute Sache, ja? Ich stelle mir gerade vor, wie man irgendwo essen geht. Du kommst als Schäppkoch und erklärst einem das Gericht. Danach läuft dann schon das Wasser. Ja, das freue ich mich aber. So, schau mal hier, da müssen ein paar schöne Tropfen von oben drauf. Trauchige, ne? Ja, boah. Also, das sind geräucherte Cheaphotel-Chilis und die werden dann fermentiert und daraus wird Tabasco. Das ist schon hohe Kunst, hohe Klasse. Ja, Tabasco ist ja ungeschlagen, ne? Vor allem bin ich gespannt, was du auch zum braunen Reis sagst. Dicke Stücke, geil gegrillt. Alter, das Huhn ist wild. Das Huhn kann sich gefühlt nicht entscheiden, präsentiert sich nicht, sei es die scharfe Brüste, diese angebratene oder doch die Marinade, das ist so ein Kampf irgendwie. Ja, und das Saftige drin drin, ne? Weil es halt Keulenfleisch ist, Polofino, ausgelöste Hühnerkeulen, immer besser als eine Brust. Erinnert mich ein bisschen auch, nur dass die Würze natürlich komplett anders ist. Wenn ich ein schönes... Guck mal hier, was für Stücke, Junge. Geil. Wenn ich ein schönes Hinten-Steak bei meinem Türken esse, dann ist die Marinade natürlich eine ganz andere. Ja, ja. Ich bin gespannt, was du zu dem Reis sagst. Wir haben uns ja jetzt hier von dem braunen Reis entschieden. Ich finde, der ist immer noch geschmackvoller als der weiße, in Verbindung mit der gegrillten Paprika und Zwiebel. Die geben mir immer so Philly-Cheese-Steak-Vipes, grüne Paprika und Zwiebel. Dieser Rauch vom Hähnchen, sehr durchdringend. Den hast du gefühlt in jedem Biss. Der hat diese Tabasco noch mit dem Rauch. Ja, ja, richtig, richtig. Ich sage dir ehrlich, so vom Erlebnis her, ist der Burrito gut, aber ich mag diese Bowl auch. Ich bin kein riesen Bowl-Fan, aber die ist krass. Ein Löffel wäre geiler, ne? Ja, wäre besser. Gegrillte Paprika, rote Zwiebeln, geiles Huhn. Hier haben wir einen Perfect Bite, sehe ich schon. Der Reis mit den Bohnen, schön mit Zikronen und Limette. Haben wir den angemacht. Super heftig. Geiles Essen. Das von der Kombi ist wirklich weltweil. Ihr stellt euch die Berliner Bowl hier. Genau so, wie wir überhaupt haben. Ihr müsst nur sagen, ist das schlechtes Essen? Nein. Ist es Fast Food? Kann man eigentlich so gar nicht sagen, ne? Aber es ging schnell. Also ist es irgendwie schon Fast Food, ne? Ja, super Essen. Wenn du trainieren warst und ihr denkst, gehst du McDonalds oder hier, ich will einigermaßen wenn du noch was Gutes geben, dann gehst du safe here. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man trainieren war, aber ich kann es mir vorstellen. Der hier spielt auch. Ja, der geht auch. Ah ja, Digga. Der braune Reis, natürlich viel besser als der verarbeitete weiße. Ja, klar. Das heißt, das hier, ich sag mal so, über den Käse können wir ja vielleicht streiten jetzt oder so, ne? Aber alles in allem ist es ein gesundes Mittagessen hier. Pass auf, Bernd. Was unterscheidet weißen Reis von Vollkornreis? Was ist unterscheidet? Ja, der ist geschält, ne? Gespelzt und geschält. Gespelzt, denke ich das? Gespelzt, glaube ich auch. Ich glaube, das ist richtig auch. Ich labere gerne viel Scheiße und das sage ich dann aber auch noch dazu. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Wenn ich was weiß, weiß ich. Wenn ich es gerade mutmaße, dann mutmaße ich es. Aber ich glaube, geschält und gespelzt. Ist das durch die Sportler Ernährung, hast du dich mit dem Thema befasst, nehme ich an, oder? Ich habe mich viel mit Ernährung befasst. Aber was groß und ganz einfach hängen geblieben ist, was ich essen will, gut finde und womit ich mich gut fühle. So diese ganzen Insider-Infos hinken so ein bisschen, weil es lange her ist. Aber, ja, werden wollen wir zur Bewertung, oder was? Ich denke, das war, was du sagst. Wir gehen zur Bewertung, die machen wir gleich draußen, damit wir nochmal einen spannenden Szenenwechsel haben. Aber das war stark. Das war stark. Wir snacken auch, dann gehen wir raus. Wo ich auch fasziniert bin, ne, Bernd? Jetzt gibt es ja gleich die Bewertung, aber das ist ein Frauenteam, die rocken das da. Die sehen richtig dynamisch aus. Also an die Frauenwelt Respekt. Ja, tip top. Äh, kribi tobi. Also, ich kann das gut zusammenfassen eigentlich. Ich mache folgendes, weil ich ja auch in dem Game gar nicht groß drin bin, ne? Und ich mir immer sage, wenn ich jetzt zu hoch bewerte, was ist, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, geh mal, die USA, geh mal nach Mexiko, isst da mal so. Da habe ich einfach keine Referenzen. Deshalb werde ich erstmal im Gesamten, bis auf eine Sache, neun von zehn Punkten geben. Oh ja. Ja, nur das eine, wo die ganzen Szenen drin waren. Das ist natürlich schwer. Da kann ich dann nicht mehr als, war trotzdem super lecker, sechseinhalb, aber das wird man sonst nicht haben. Ihr habt schon gegessen, das war wahrscheinlich einfach ein Zufall. Wirklich Unglück einfach, ne? So, das war geisteskrank, dass sie performen. Aber siehst ihr, es ist eine Momentaufnahme, was wir machen, ne? Also, ich bin ja sowieso, bei mir gibt es nie ein Ranking so richtig, ne? Und mir gibt es ja keine Punktzahlen. Ich sage, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wer Bock hat auf Tex-Mex-Küche mit authentischen Flavoren, mit frischen Zutaten, ist bei Cheap Hottel auf jeden Fall gut aufgenommen. Ja, Mann. Und wer Bock hat auf geilen Content, werden Zähne abonnieren in der Videobeschreibung. Danke dafür. Und ich sage dir danke fürs Vabeiseinwerden. Danke, Holle. Kuss, Kuss. Ciao, ciao, ciao. Auch rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und gerne Daumen oben knallen lassen. Bis zum nächsten Mal. everybody